Und es wird ja auch noch nicht mal auf der Waffe angezeigt, wie die Tarnung aussieht. Bei jeder scheiß anderen Waffe, bei jeder scheiß anderen Tarnung, meine ich, zeigen sie es dir. Aber dort kriegst du es einfach nicht zu Gesicht. Da kann doch den Matze der Arsch platzen bis zum Hals. So, jetzt lasst mich in Ruhe, Junge, mit einer scheiß Stellung. Ich will meine Topp-Kills machen. Stellung! Bin direkt hinter dir, Kumpel. Kumpel nennt er mich. Dabei hasse ich ihn. Ich hasse alle. Ich hasse alle. Ich bin's, ich bin's, dein Kumpel, Junge. Scheiße, ich schweiß dir meine Granate auf den Wands. Ist das die Möglichkeit? Ich mache die Tür zu, er macht es wieder auf. Tür zu! Werfe mit Termiten. Die fressen ja die Bude weg. Bin ich jetzt der einzige... Bin ich jetzt der einzige Fallbekloppte, der an der Stellung rumsitzt und sich abknallen lässt? Dabei will ich meine Doppelkills machen, aber was geht nicht diese sch*** Stellung an? Bestellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Feinde innerhalb des Millimeter. Junge! Pfff! Schade! Ja, ich muss mich beruhigen. Was schmeiße ich denn da? Was da immer so weg geht. Was hier so drauf gehen. Ja. Oh, Alter, jetzt habe ich aber hier dazwischen gemertert. Und jetzt kriege ich aber gute Laune. Und jetzt kriege ich den Einsatzgebiet. Kontakt! Stellung kompromisiert. Ihr Bereich sicher. Feindlich in Trommel. Kami! Entdeckung! Achtung! Krone verlässt das Einsatzgebiet. Faggert zu wechseln. Doppelabschuss. Doppelabschuss. Jetzt geht's ab, Junge. Jetzt kriegt ihr die Fresse. Drei Abschüsse ohne zu sterben. Oh. Oh. Drei Abschüsse ohne zu sterben. Das ist natürlich... So, jetzt habe ich drei Abschüsse ohne zu sterben gehabt. So, die Drohne. Es ist noch eine Drohne von uns am Himmel. Kann ich meine noch aufheben? Ich glaube, zehn. Ich glaube, das sind immer zehn. So, das waren wieder drei. Denk ich. Oh, ey. Was geht denn da ab? Mist. Weil jetzt will ich es eigentlich wissen. So, jetzt will ich es wissen. Alter, die rauchen aber rein, die Dinger. Das ist nicht übel. Er macht einen Schwunschmach mit dem Spruch. Hier war doch gerade einer. Die M4, die EPR-14, heißt die, glaube ich. Schauen wir es noch. Weiß nicht. Alle anderen habe ich immer mal... Was heißt alle? Ich glaube, ich glaube, ich habe noch ein bisschen so Schrotflinte und so ein Kram. Aber noch nicht so bis zur Vergasung. Ist klar, die Granate hat wieder eine Reichweite. Was? 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 Diesmal habe ich ja richtig Glück, Junge. Man verschont mich hier an meiner Äcker. Hätte ich mal die Fresse gehalten. So, jetzt gucken wir mal hier, was gibt es ja Schönes. Es sind hier ein paar Leute unterwegs. Ja, da hinten, Vollgas. Nein, wo sind sie hin? Ach, vorbei, einen Millimeter vorbei, Alter. Ach, und hier, vielleicht sitzen sie auf dem Dach. Tatsache, sie sitzen auch nicht auf dem Dach. Die MP7 und die V6 kann ich empfehlen. Die sind nur für Short Range. Ah, okay. Ja gut, die MP7 kennt man, aber es ist ja auch, die Waffenbezeichnungen sind ja wieder sehr komisch. Wo sind wir jetzt, ist das hier die Stellung oder was? Ne, die Stellung ist doch da drüben. Da hockt der Sniper in der Tiefgarage. Ach so, ach so, ach so, ah, die MP7, ah, die, diese Knifte ist die, ah, okay. So, ich brauche noch einen. Schade, ich habe nur einen Assist. Kiste. Na, schmeißt doch nur das Ding hin. Warte, ich, nein, lass mich, komm rein, Kill. Sehr gut. Ja, ich habe auch noch drei, also den einen habe ich noch gekriegt. Die Schützen online. 1, 1, vor der Aufklärung. Ja. Verstand. Die Stellung wurde verlegt. Die Stellung wurde verlegt. 10, 10, 10. Dann kommt der mit vor. Die Stärkung wurde verlegt. Was? Na, den, na. Verwaltung. Verwaltung. Die Führung gehört uns. 7. Nächste. 10. 2,5. Beste Runde. 1,5. 2,5. 3,5. 1,5. 1,5. Wo ist die Stellung? Da unten. Warte, jetzt wird der aber dazwischengerotzt. Ich bin's, Junge! Was röchelt denn hier so? Ist das die Stellung? Oder was ist das hier? Wo bin ich denn hier reingeraten? Da ist die Stellung. Was ist denn hier noch? Feuer! Den hat's zerrissen. Mich auch, schade. Komm hier! Mist, ich hätte oben die Stellung markieren sollen. Da saßen sie alle. 41 gibt's! Uh, beste Runde meines Lebens! Aber die Lachmann MP ist auch gut. Dafür musst du die Lachmann hochleveln, oder? Und dann die Lachmann! Und dann, okay! Auf Level 12 bringen. Ich finde es ganz schön kompliziert. Ja, das kannst du laut sagen. Du blickst ja nicht durch. Du bist ständig nur am gucken. Was? Warum kann ich das jetzt nicht? Dann guckst du. Was ist denn da so für eine Waffe? Ähm! Näht's! Ich palace w Chrom!